so kleiner testlauf hier mit den rot rostar 42 49 1600 das sind also so kleine katze oder sowas oder monos oder flieger ok holztisch also minimalste vibration würde ich sagen also tippie toppie das ding total gut regler so ein klei color 150 ampere 4s sehr sehr guten eindruck der motor okay